Hallo zusammen, ich bin der Dennis. Ich fahre heute Fahrrad. Und das ist der Frank. Das ist der Christian. Das ist übrigens der Endruhe. Wo wohnst du noch mal? Ja, deine Adresse noch mal. Haben wir noch jemanden? Ich muss jetzt hier die Leute unterhalten. Hier, mach selber deine Scheiße. Ich hab sie schon gefilmt. Ist egal, mach dein Kram selber. Ich hab sie schon tausendmal gesagt. Du solltest es einlassen. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beschäftigen. Sag was. Was? Gefällt es dir bis jetzt? Sag mal, es ist toll. Gutes Wetter, hast du bestellt? Ja. Mittlerweile? Ja. Muss ich eigentlich da hinkommen? Weiß ich nicht. Mit wem redest du denn jetzt? Ich rede ja mit dir, du unterhältst mich. Dann musst du mich angucken. Du musst was sagen, hast du gesagt, du hast gerufen. Das ist auch YouTube. Ne, das ist eine Kamera. Das ist nicht schön. Ja, für YouTube, ne? Ja, für YouTube. Kevlar Punkt 23. Gucken, wenn ich das finde, verlinke ich das mal. Irgendwo hier oben. Ich meine hier. Ja. Was sieht man da? Also fährst du da auch Fahrrad? Ich fahr da Fahrrad. Fahrrad, ja. Ich roll da die Berge runter. Ja. Das ist nicht wie bei mir. Also bei ihm wird wirklich gefahren, ne? Ja. Ich roll die Berge runter. Gut. Lass mich mal so stehen. Wen hat man da noch nicht? Skillfaktor Level 2. Store Level 2, würde ich so mal schätzen. Ja, sag ich doch nicht. Von 10. Von Level 10, 2, vielleicht 3. Er ist bescheiden, ne? Also er ist wirklich bescheiden. Ja. Also ich finde, er hat da mehr. Wer war denn noch hier noch nicht? Ja, hol mal hier. Möchtest du diesen Leuten vor ihren Endgeräten noch etwas erzählen? Ja. Du hast auch so einen guten Schutz. Fahrt nie mit Holz. Ja. Als unbekannte Crewmitglied heute fast gestorben ist. Oder gerade dabei ist, ne? Da haben wir noch einen. Na ja gut. Der leuchtet im Dunkeln. Ja. Aber ich habe gar keine Autos. Hast du die Kamera verloren? Nee. Hier hinterm Helm. Achso. Wo bist du eigentlich? Ich habe dich irgendwie unterwegs hier getroffen. Ja. Ich fahr mal mit. Ja. Ich bin dem großen Star gefolgt. Ach so. Der nicht mitfährt. Der immer so als Gartenzweck im Trail steht. Der Schorsch. Der hat der Schorsch. Der hat der Schorsch. So können wir jetzt wieder. Ja gerne. Ja gut. Der hat der Schorsch. Der hat der Schorsch. Der hat der Schorsch. Da. Oh! Den Teil kennen die noch nicht. Ja der Teil ist neu. Ja eventuell auch nicht. Da in diesem Bunkerkrater. Das waren aber 1-2 falsche Entscheidungen. Du bist nicht von Belang gerade? Nein, überhaupt nicht. Du wolltest noch einen Witz erzählen, sagst du? Nein, auf Schwäbisch. Neu. Neu? Neu, ja. Die Brillenglaswalbe heute nicht so intelligent. Das ist nämlich ziemlich dunkel. Kannst du es mal durchgucken? Ja. Achso, sieht das dann anders aus? Ja. Ihr dürftet fahren, wenn ihr wolltet, die Herrschaften. Das wird nichts, das sage ich jetzt schon. Ich weiß, aber die Frage ist, warum? Geht los. Geht los. Da kommt der Hacker. Geht los. A très haut. Ja, hol ja. 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 Da kommt der Hacker. Kollege, hier lang. Ja. Hier, huh. hier gehts lang neue Wege suchen Schwellbau ich finde diese Touristen immer ganz schnell mein Herz ist hier mein Herz ist wo die Covalent ist der George friert und George ist kalt genau diesmal fahre ich mal mit offenen Dämpfern das hast dich ja wieder vorgedrängelt ja ja wo dieser verfickte Baul so von mir aus kannst du losgehen das war was ich sagte bleibt lang also drei ja sehr gut was sagst du die Kurve die Kurve die Kurve muss Kurven fahren jawohl ja da bin ich aber mal rumgekommen wo ist ein Trejo wo ist ein Trejo ja ich bin doch ich bin doch ich bin doch ich bin doch keiner ich bin doch alle komplett sauber überlebt 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 bei dem ist mir da eigentlich egal. Bei dem auch. Danke dir, überlebt. Für die, die wollen, jetzt seh ich ihr bei Kur. Wie immer warten wir auf dich. Kann man mal sehen, wie schnell man mit dem Rad ist, selbst wenn man noch so langsam da runterfährt, man öffnet den Witzensgang auf. Ich glaube, ich zieh eine Mütze auf, ich bin schon wieder hässlich. Wo ist meine Mütze? Meine Mütze? Nein. So. Können wir online bestellen. So, dieser Mann ist mit uns Fahrrad gefahren. Hast du's bereut? Nein, es war eine super lustige Runde. Teilweise anstrengend, anspruchsvolle Trails. Ich bin sehr zufrieden. Der Tag hat sich gelohnt, vor allem herzukommen. Und die Leute kennenzulernen. Echt. Auf jeden Fall geil. Hat uns auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Cool, dass du da warst. Vielen Dank. Gerne. Mal gucken, gleich essen wir vielleicht noch Döner. Wir versuchen mal Döner zu organisieren. Wenn du Lust hast. Ich weiß noch nicht genau. Ich hab da war noch einer. Da war noch einer. Der ist auch mit rumgefahren hier. Ich seh nicht so aus, aber ich war dabei. Da war er ja, Fahrrad gefahren. Wie hat es dir gefallen hier? War wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank für die Möglichkeit. Danke, dass du gekommen bist. Ja, hör mal. War ja quasi eine Einladung. Ne, war cool. Auf jeden Fall gerne wieder. Gerne häufiger auch. Also ich fand die Truppe war harmonisch. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Truppe. Also das stimmt. Jetzt wo George nicht dabei war. Das sag ich nichts. Schade, dass George nicht dabei war. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir werden das definitiv wiederholen. Ja, hoffentlich. Danke, dass du dabei warst. Soll der Mann, der war auch noch mit dabei hier. War geil. War richtig geil. Gut, Tails kannst du dir schon, ne? Aber hatte Spaß gemacht, ja. Super. Also mit dem Frank könnte er noch fahren. Das macht Spaß. Kostet mich richtig viel Geld, dass die das alle sagen. Und sonst mache ich das nicht? Ja, vor allem klar. War mir eine Freude. Auf jeden Fall. Dankeschön, dass du da warst. Gerne nochmal. Werden wir definitiv nochmal machen. Hat mich richtig Bock gemacht. Eine Lauferei hier. Könnt ihr nächstes Mal näher zusammenparken? Leck beim Marsch du. Unbekanntes Komikli. Bist du angezogen? Ja, ich bin heute angezogen. War aber nichts drunter, aber das sieht man ja nicht. Ne, das sieht man nicht. Wie fandst du das? Hat es dir gut gefallen? Ja, hat mir gut gefallen. Auf den muss ich Geld geben, ja. Ja, okay. Ja, war schon anstrengend, muss ich sagen. Also wirklich gut. Für den Höhenmetern her oder für den Tiefenmetern? Beides. Das war beides für mich echt eine Herausforderung. Ja, hat schon was. Das ist natürlich auf den Videos immer relativ harmlos. Also ich habe mir einige Sachen vorgenommen, die ich hier machen wollte. Die habe ich dann mal schön sein gelassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also. Dafür hast du aber Sachen gemacht, die du dir nicht vorgenommen hast. Ganz genau. Gut, reden wir nicht. Ne, reden wir nicht. War cool, ja. Hat mich gefreut, dass du da warst. Danke. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Sehr gerne. Super, dass du gekommen bist. So, jetzt lau ich den ganzen Weg wieder zurück. Den ganzen Weg. Oh, wie die alle geparkt haben. Der eine dort, der andere hier. Gut, zum Schluss. Hallo. Hallo. Herr Trejo. Ja. Wie fandest du diesen Tag? Du wolltest ja eigentlich nicht dabei sein. War ich dabei? Na, nicht so wirklich. Das gefühlt nicht, oder? Ich habe dich nicht gesehen. Ich auch nicht. Du bist ja immer bei der hinteren Truppe mitgefahren. Ja, da gehöre ich auch hin. Ja. Ich bin ja das Letzte und deshalb muss ich dann auch... Das ist nicht richtig. Du bist das Allerletzte. Das Allerletzte. Ja. Dann hätte ich ja ganzen Reise. Ich mache aber alles. Ja. Hat es dir gefallen? Trotzdem. Nächstes Mal fahren wir auf dem Fahrrad. Ja. Sag den Leuten tschö. Ich würde jetzt zum nächsten gehen. Tschö. Sieht zwar immer heilig aus. Wir gucken uns alle mal so dran. Aber es hilft. Jetzt bist du dran. Hi. Was soll ich denn sagen? Wie fandest du es mit mir so? Guck mal, ich bin voll bestrahlt. Ich fand das eigentlich wie immer. War ganz lustig. Ja. 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 So geht das nicht. Ja. Okay. So. Oh fuck. Ich sehe gar nicht jetzt. Ich mache meinen Helm ein bisschen höher. So. Jetzt ist gut. Du warst top. Ja. War gut. 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 Das ist geguidet getan. Das ist gut. Das ist geguckt getan. Passt bloß auf. Ich komm nicht gleich dahin, ey. Jetzt Roki einspielen. Geh weg. Geh weg. Hast du meinen jetzt auch schon sauber gemacht? Ja. So wir sind jetzt durch. War gut. Haben wir schön gemacht. Ja, war sehr gute, sehr schöne Truppe, sehr homogen, ja, war gut. Können wir öfter machen, aber diesmal nicht mehr. Ich glaube, das werden wir auch nächstes Jahr noch mal ein, zwei Mal mit dem Eindruck geben. Also es war wirklich tolle Leute da, hat echt Spaß gemacht. In diesem Sinne, guh, ruhe, schriebe, abonniere, tschüss zusammen. Wolltest du dir jetzt mal einen Winzer erzählen? Ich hab so ein bisschen Hämorrhoiden heute. Ja? Ja. Soll ich das mal? Nee. Hämorrhoid. Hämorrhoid. Hämorrhoid.